Hallo und herzlich willkommen zu Poppy's Next Data Topmodel sozusagen. Ja, ist so. Ich habe diese Folge tatsächlich ein bisschen was zu tun in Sachen Modelsuche. Wir suchen ganz viele Models, Data Models sozusagen. Wir müssen nämlich ein bisschen mit diesem Modeling weitermachen, damit wir eben unseren Herzcontainer bekommen. Wir wollen ja mehr Herzen haben. Wir lieben ja Herzen. Das ist ja einfach so. Und dementsprechend, ja, geht gleich nach dem Intro, geht's los. Vorher bitte einmal auf Liken drücken, bitte abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und natürlich auch gerne einen Kommentar drunter für den YouTube-Algorithmus. In diesem Sinne, gleich nach dem Intro geht's los. Dankeschön. Hallo, anderer Ort, andere Stelle, andere Welle. Tag. Na, schön, dass du da bist. Freue ich mich. Pass auf, letzte Folge haben wir ja da unten dieses komische Ding gebaut. Und den habe ich jetzt einfach mal volllaufen lassen. Ich habe den über Wochen, es ist auch wirklich 14 Tage, glaube ich, ist das jetzt her, so lange ist der jetzt durchgelaufen. Den habe ich immer noch regelmäßig gefüttert. Das heißt, ich habe hier eine Truhe gemacht und habe da eben diese Prediction-Matrixes reingeschmissen. Die hat er sich automatisch gezogen. Und daraus hat er jetzt eben so eine volle Kiste. Ich glaube, einmal habe ich sie nachgefüllt zwischendrin, meine ich. Und ja, so konnte er halt in Ruhe machen. Wir sind jetzt bei Self-Aware bei 99,5%. Ich glaube, höher geht es, glaube ich, gar nicht. Die höchstmögliche Drop-Rate hat er jetzt. Das heißt, wir haben hier jetzt Ender-Dragon Prediction. Die brauchen wir. Wofür brauchten wir die überhaupt? Achso, ich wollte, warte mal, ich wollte, ich wollte hier den grünen Herz-Container machen. Den wollte ich tun. Und zwar kriegen wir das grüne Herz. Und Nesastars. Kriegen wir da auch daraus, ne? Nesastars kriegen wir daraus. Startsens. Und beim Loot-Fabricator. Wir brauchen Wizard-Prediction. Oh, lol. Wo kriegen wir den denn her? Und um den Loot-Fabricator zu bauen, brauchen wir Generalized Nether-Prediction. Und die kriegen wir natürlich hier aus Nesastarsachen. Das heißt, wir müssen nochmal in den Nether. Ah, cool. Dann können wir gleich den Wither-Skeletten suchen. Das können wir tun. Haben wir noch irgendwie hier? Wir haben noch so eine Matrix. Pass mal auf. Wir gehen einfach mal kurz in den Nether. Hallo? Bitte. Da rein. In den Nether-Kneter. Und müssen uns mal ganz kurz orientieren. Ich glaube, hier war das gewesen. Irgendwo war doch hier eine Festung. Warte mal. Ach ja, ich kann ja fliegen. Ha! Wow. Das ist ja cool. Ich muss ja gar nicht mehr laufen. Ich kann ja fliegen. Ich kann fliegen, ey. So. Uff. Das geht natürlich schön schnell jetzt, ne? Das ist natürlich schon ganz geil irgendwie. Kommen wir denn raus? Hallo? Ja, nee. Kommen wir nicht. Doch. Oh, lol. Kommen wir. Cool. Ist natürlich auch ganz schön gewagt, was ich hier mache, ne? Im Nether. Unterhalb ist Lava und so ein Scheiß. Und nee. Dich will ich nicht. Aber ich brauche... Hör mal. Hör mal. Hör mal. Nee. Warte, warte, warte. Ich brauche ein Wizzerskelett. Ein alles... Alles Wizzerskelett. Haben wir hier nicht irgendwo eins? Oh, wow. Warte mal her. Zack. Danke. Ey. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Lass mich erst bitte den machen. Und dann reinfüttern. Au, 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 au. So. Hey. Beruhige dich. Aua. Autsch. Nee. Wie lange haben wir denn noch? Dass hier keine Zeit mehr beisteht, ne? Ja. Alter, bist du nervig. Mann. Ach, da ist so ein Nächster, ey. Oh, ich kriege einen Vogel. Warte. Lass mal ganz kurz hier in Deckung gehen. Danke. So, ich muss erst mal hier schauen. Ich habe doch hier schon eingetönt. Guck mal. Wir haben schon einen. Wir sind bei Faulty. Data per Kill 1. Simulation Cost. Faulty. Wir sind ein Faultier. Upgrades to Basic in 5 Kills. Oh, ich muss noch 5, 5, 5 Kill an. Dann müssen wir da nochmal hingehen, ne? Pass mal auf. Komm mal her, Kollege. Alter. Es ist jetzt nicht dein Ernst, ne? So, das war der Erste. Beruhigen Sie sich. Wir beruhigen uns. So, komm mal her. Danke. So, wir brauchen noch... Äh, was habe ich gesagt? Wir brauchen noch 4, 4 weiteres, ne? Oh, ey, ich werde irre. Diese Viecher sind so nervig. Faulty, 32 in 4 Kills. Genau, wir brauchen noch 4. Das heißt, wir gehen mal ganz oben kurz hier hin. Oh, es ist da auch wieder so einer, ey. Danke. Bist du auch schon da? Ne, du bist noch nicht da? Komm. Ist auch interessant. So in Gänze ohne. So, danke. Ja, fass mich an die Füße, bitte. Ganz laut und docken. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse euch. Ihr gebt mir so ein bisschen ob die Keks. So, ähm. Nur nochmal kurz kontrollieren. In 2 Kills. Ja. Na klar. Meine Maustaste geht nicht mehr. Das ist natürlich das Schöne jetzt mit dem Angel Ring, ne? Der ist jetzt so schön zu gebrauchen. Das ist schon ganz geil. Also, da bin ich ja schon doll drauf. So, diese Funktion. Das Switchen zwischen 1 und 2. Irgendwie will mein Mausrad. Ich habe das auf die Maustaste, also auf das Scrollrad gelegt. Vielleicht, dass ich da, ähm, switchen kann. Hallo? Bist du ein Wizzerskelett? Oh ja. Loy. Was bist du denn für eins, ey? Meine Herren. Nicht schlecht, Digga. So, haben wir fertig. Sind wir jetzt auf Basic. Weil Basic brauchen wir. Wir sind auf Basic. Gut. Das heißt, wir können jetzt nach Haus. Ich geh mal weg. Wir können jetzt nach Haus und können da jetzt die nächste Truhe füllen. Das ist natürlich schon mal sehr cool eigentlich, ne? So, du kommst hier rein. Und noch eine Ghost Seele. Seele, ne? Seele. 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 So. Und dann kannst du nämlich hier einmal raus. Du kannst weg. Weg. Ähm, du gehst hier rein. Ähm, dann, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Chest. Habe ich hier noch eine Chest? Nee. Dann brauchen wir hier eine Chest. Ich war, glaube ich, kurz vor Tod. Kann das sein? Mal wieder. Habe ich hier schon lange nicht gehabt. Ähm. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch, wie war das Rezept? Das Rezept war gewesen, Meta-Infuser mit Eisen, Silber und Zinn. Achso, wie kriegt man denn diese Coins? Oh. Äh. Ach, ein Multiservo-Press war das gewesen. Genau. Also, Eisen. Das vielleicht hier. Eisen. Eisen. Mit AI. Silber. So. Danke. Und, was haben wir gesagt? Eisen. Silber. Und Zinn. 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 Oh. Ich brauche mal wieder Zinn. Tine. Ähm. Wie hieß das Ding? Habe ich den irgendwo drin? Ja. Bitteschön. Dankeschön. Gern geschehen. Haben wir noch Zinn? Nee. Konfig. Silber. Wir brauchen noch Zinn. Kriegt man Zinn? Musste das gemischt werden? Zinn war einfach nur aus dem Erz raus, ne? Deep Slate Tin Ore. Okay. Okay. Dann nehmen wir dich nochmal mit. Und wir brauchen noch ein Point. Weil wir brauchen noch Saft, ne? Saft. So. Das haben wir. Und dann können wir mit der Multi Servo Press. Wo bist du? Hier. Habe ich hier noch irgendwo eine? Nee. Ich habe wirklich nur die. Hm. Hatte ich hier nicht irgendwo. Ha. Wusste ich doch. Irgendwo hatte ich doch das Ding hingelegt. So. Und dann kannst du nämlich schon mal moken. Und wir gehen mal ganz kurz hier hin. Danke. Dann können wir nämlich sagen, lutsch mal ganz kurz so ein bisschen Zinn raus. Achso. Ähm. Egal. Config. Forge OS. Forge OS. Forge OS. Tin. Neu. Forge. Forge OS. Tin. Oh. Ey. Manchmal klappt das ja, ne? Reset. Start. Achso. Ähm. Ja. Wir haben ein leichtes Problem. So. Sehr schön. Dann machen wir ganz schnell hier. Nur mal so eine Handvoll. Dass wir einfach nur ein bisschen was haben. Zinn. Silber. Geht ja hoffentlich schnell. Warte. Ich drück mal kurz einen Kaffee. Und dann hat er hoffentlich ein Stack. Zinn. Eigentlich müssten da schon zwei Stacks sein. Glaube ich. Weil wenn wir das nämlich. Wollen wir mal kurz laufen? Wir lassen es mal kurz laufen. Home. Ich könnte ihm auch diese Waypoints mal machen. Diese Waystones oder wie die heißen, ne? Das könnte ich ja auch mal tun. Warte mal. So. Wir müssten den jetzt hier glauben. Falsch. Falsch. Hier müssen wir hin. Ach. Das ist mit dem Angel Ring ist das ja schon irgendwo cool, ne? So. 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 Dann machen wir da jetzt. Verdoppeln wir das einfach mal. Dann haben wir nämlich jetzt zwei Stacks. Können wir ja nix, ne? Können wir ja nix, ne? Geil, ne? Wir können zaubern. Und dann kannst du mal brutzeln, bitte. So, dass wir auch zwei Stacks Barren rauskriegen. Wir verarbeiten aber nur einen. Ne? Den anderen schmeißen wir ins System. Einfach nur, dass wir ihn haben. Und weil wir es können. Nix anderes. Einfach nur weil wir es können. So. Letzte Folge, äh, habe ich gelesen. Kommentare. Vielen Dank. Ähm. Wurde gesagt. Gefragt. Angemerkt. Genötigt. Alles Mögliche. Äh. Zurecht, ne? Mit was? Mit Recht, natürlich. Ähm. Äh. Es ist ja jetzt die absolute Final-Version raus. Also es wird wahrscheinlich, wenn überhaupt noch so ein, zwei kleine Bugfixes kommen. Äh. Vielleicht auch Produktneuerungen oder Modneuerungen. Weil von Sky-T, ähm, von diesem Mod, gibt es jetzt mittlerweile eine zweite Ausführung. Ich weiß nicht, ob ich das schon offiziell sagen darf, aber es gibt ein Sky-T 2. Ähm. Und da ist halt die Frage, ne? Da war natürlich, zurecht wurde angemerkt hier, wieso willst du denn nicht mal deine Version aktualisieren auf finale Version? Ja. Hast du völlig recht? Sollte man mal tun. Dass man da einfach, ich sag, ich mach jetzt hier ein Backup von dieser Welt. Das werd ich wahrscheinlich offscreen mal nebenbei machen. Und, äh. Dann vielleicht hier wirklich die absolute, äh, aktuellste Version drauf spielen. Muss ich nochmal gucken, dass ich mit G-Portal, das ist ja der Serveranbieter, äh, bei dem ich gehostet bin. Dass der mir die dann auf den Server auch drauf zieht, dass ich, äh, ja, unterm Strich, da will ich hin, dass ich unterm Strich, ähm, dann auch passiv bin mit meiner lokalen Version als auch mit der Server-Version. Das wär natürlich noch eine Maßnahme. Könnte ich tun. Guter Einwand, gute Idee. Ähm. Dann werd ich offscreen machen. Apropos offscreen. Ich habe offscreen etwas getan. Und zwar, hab ich meinen Energiespeicher abgebaut. Woah. Hab ich gemacht, aber er ist nicht weg. Sondern, ich bin jetzt einfach nur eine Etage tiefer gegangen. Angel Ring sei Dank. Konnte ich hier auch eine Plattform bauen. Und ich hab jetzt den nochmal ausgebaut. Ähm. Und habe den vergrößert. Und habe neben... Hallo, Leck. Und habe den nebenbei, äh, auch nochmal erweitert. Wir haben jetzt 33,6 TFE, ähm, in der Maschine. Ich hab den weiterhin laden lassen. Der geht mit 12,7 rein und nimmt jetzt aktuell nur 100 raus. Äh, von daher, äh, ja, aktuell machen wir miese. Definitiv. Aber passt schon. Ich glaub, das ist okay. Wegen dem, wegen dem, äh, Digital Miner halt, ne. Der frisst natürlich wie Sau. Dementsprechend ist es so, dass hier oben in der Landschaft, die hab ich auch mal weiter ausgebaut, dass hier nicht genug Strom produziert wird. Das heißt, ich komme nicht drumherum, früher oder später mal wirklich eine richtige, ein richtiges Kraftwerk zu bauen. Ob ich es möchte oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber, ähm, werde ich wohl früher oder später machen müssen. Ganz einfache Kiste. Ja, Anni, vielen Dank auf jeden Fall für den Anreiz. Äh, denke ich drüber nach. Werde ich machen. Wie gesagt, Offscreen mache ich ja auch hier und da so ein bisschen was. Weil, ich sag mal, so eine Plattform bauen, muss ja jetzt nicht unbedingt in der Folge geschehen. Oder doch? Hä? Schreib mal rein ins Kommentar. Wenn ihr das sehen möchtet, also wirklich jede Kleinigkeit, so wie früher, so weißt du, diese Ur-Let's Plays, wo du jeden Block siehst, der abgebaut wird, der verändert wird, ähm, dann schreibst du mal wieder ins Kommentar. Dann mache ich wirklich jeden Schritt. Aber wenn du sagst, nee, pass auf, das ist schon richtig, braucht man nicht, ähm, muss nicht sein, äh, stehe ich jetzt auch nicht unbedingt drauf, dir beim Bound zuzugucken, weil ich weiß auch nicht, was ich dann immer so sagen soll, so reden soll und sowas alles. Ähm, ja, mal schauen. Also, müssten wir da mal sehen. Ist jetzt hier genauso. Ich warte einfach ab, dass es fertig wird und rede einfach irgendein dünnes Zeug. Ich mache das mal eben und mache hier einfach mal so einen harten Cut. Dann, äh, sehen wir uns wieder, wenn das durchgelaufen ist. So, das ist jetzt der erste Streich. Beim zweiten, äh, geht es halt darum, das Ganze einmal zu verbinden. Dauert halt auch seine Zeit. Auch hier, lass es jetzt einfach mal laufen und dann, ja, sehen wir es gleich wieder. So, Kiste ist voll. Ähm, jetzt nehmen wir unsere Vorlage raus und sagen ihm, gib mal Kette. So, jetzt hat er hier geladen. Ich habe hier wieder einen Slot frei, kann das da reinladen. Äh, und der Rest wird jetzt hier gerade parallel fertig gemacht dazu. Dann haben wir eigentlich alles erledigt, was wir erledigen wollen. Was wir jetzt brauchen, ist im Endeffekt nichts Schlimmes. Hoffe ich. Wir brauchen nämlich Ditte. So, ziehst du das jetzt raus oder nicht? Ah, da ist ein Filter drin. Äh, da ist ein Filter drin. Da ist ein Filter drin. Danke. Add Filter. Submit. So, siehste. Ditte haben wir. Und dann brauchen wir noch die schwatte Perle, ne? Ja, mach mal. Er muss jetzt so ein paar Runden durchlaufen. Guck mal, da haben wir jetzt nämlich hier so ein Ding schon. Dann könnte man da nämlich auch sagen, Add Filter. Submit. So, dann haben wir das nämlich auch. Dann kann er jetzt in Ruhe laufen. Wir brauchen, wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen, um, jetzt geht's nämlich los, wir müssen ja dieses Ding bauen, den Loot Fabricator. Da brauchen wir drei von den Teilen. Haben wir das vielleicht schon? Haben wir schon. Guck mal. Dann können wir nämlich diesen ollen Loot Fabricator schon mal bauen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, damit wir das entsprechend dann auch schicken können. Wo bauen wir den hin? Die machen wir mal aus. So, das heißt, hier haben wir jetzt diesen Loot Fabricator. Diesen Loot Fabricator, dafür brauchen wir im Endeffekt dieses Ding. Brauchen wir nicht. Wir müssen einmal das Herzl machen. Den Loot Fabricator. Schau mal her. Wir knallen denen jetzt mal hier ein so ein Ding drauf. Und da haben wir grüne Herzen. Das ist geil. Kannst du nämlich aussuchen. Was brauchen wir? Was wollen wir? Was machen wir? So, dann lutscht er jetzt hier ein Stack raus. Ist okay. Kann ich mit umgehen. Da kann ich mit umgehen. Wir brauchen auf jeden Fall aber auch. Was brauchten wir denn? Wir brauchten einmal. Ditte. So. Wir brauchten den Nether Star. Im Loot Fabricator aus Wither Prediction. Jetzt ist die Frage Prediction. Wither Skeleton. Wir brauchen den vom Wither. Oh. Ah. Das heißt, wir müssen nochmal einen Wither spawnen lassen. Oh. Sehr cool. Das heißt, wir brauchen dich nochmal. Da habe ich ja vorhin volle Möhre einen Gedankenfehler gehabt. Kriege ich dich hier? Nein. Kriege ich nicht. Warum? Weil? Was fehlt denn? Ein Smooth Stone. Wir brauchen einen Stone. Aber Stone? Ein Stone bitte. Wir haben nur Kobbelstone, ne? Kobbel stellen. Okay, pass auf. Dann brennen wir nochmal ganz schnell ein Smooth ein. So ein Smoothie. Weißt du? Da haben wir einen normalen Stein. Und aus diesem normalen Stein machen wir Smooth Stone. Warum? Weil es können. Einfach nur was können. Weißt du? Ich habe mal Smooth Stone. Das passt schon. Jetzt können wir nämlich aus so einem Ding zumindest mal so eine Handvoll von diesen Vorlagen machen. und können jetzt, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ein paar Sachen automatisieren. Wie zum Beispiel, einer reicht, ne? So, dann brauchen wir Soul Sand. Habe ich hier Soul Sand? Ich habe hier noch eins, zwei, drei, vier. Und wir brauchen noch ein paar Wizzerskelettenköpfe. Drei. Und dann müssen wir noch einen töten, ne? Ach, nee. Also, ich packe hier mal so ein Steck rein. Lecken. Und dann brauchen wir Soul Sand. Habe ich hier noch? War hier? War doch irgendwo. Ach, guck, ich wusste doch. Ich habe hier. Irgendwo habe ich doch erstmal gemacht. Da wusste ich doch. Mensch. Mann. So, pass auf. Dann gehen wir nochmal da rein. Mache nochmal flugsfruchtig so ein Widder. Widder. Ein Widderknitter. Lassen wir den hier einmal spornen. Muss ich gerade selber überlegen. Wie sowas gemogt wird. Nein. So, so, so. Kann ich den hier schon snacken? Oh, lol. Ich habe den sogar schon. Das heißt, ich muss ja gar nicht so weit. So viel spawnen. Wie er einfach eskaliert. Ach so, warte mal. Äh, so. Sechs Kills, Alter. Das war der erste Streich. Alter, ist das laut. Okay, das heißt, ich mache das mal kurz fertig hier. Und dann sehen wir weiter, weil wir haben ja hier jetzt erst einen weg. Und wir brauchen ja insgesamt sechs Kills, Alter. Ich muss noch fünf machen, ey. Mann. Lästig, aber okay. Tut halt Not. So, jetzt habe ich parallel noch ein Telefonat bekommen. Das passte sich aber auch ganz gut, weil ich habe den hier schon laufen lassen. Wir sind schon bei Basic. 15 Prozent. Siehst du, auch 29 Daten haben wir schon. Die ist 30 collected. Dadurch haben wir dann eben tatsächlich schon sechs von diesen Wither Predictions bekommen. Hier unten sind die Wither Skeletons. Das habe ich jetzt abgebrochen. Das ist hier das Wither Skeleton. Und dementsprechend können wir jetzt hoffentlich mit dem Shit weitermachen, den wir jetzt noch brauchen, damit wir hier fertig werden. Das ziehe ich hier mal rein. Und dann. Und dann. Dann könnten wir in der Theorie. Achso, warte mal. Wither Prediction. Das musste ja woanders noch rein. Wither. Da war ja was. Komm her. Wither Prediction. Das muss doch hier oben rein. So. Dann können wir nämlich hier uns jetzt aussuchen. Wir möchten gerne der Gerät. Siehst du wohl. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug Nidder Stars, die wir machen können. Das ist nämlich die Hauptsache. Ohne den geht es nämlich nicht. Und könnten in der Theorie. In der Theorie. Mixer Angelos. Da wollen wir hin. In der Theorie könnten wir jetzt sagen. Wir brauchen glaube ich noch eine Shaker Box. Und dafür brauchen wir einen Shaker. Immer diese Shaker. Oh. Verdammt. Okay. Das heißt, ich würde jetzt nochmal dann in den, ins End gehen. In die End City. Und würde mir die Shaker kreien. Sozusagen. Typisch Shaker. Immer diese Shaker. Fußballfans wissen, was ich meine. Und ich meine es gerne. Ist einfach so. Ne, dann kann der aber in Ruhe machen. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal genug von diesem Gedöns. Brauchte ich denn noch irgendwas von diesem Container? Eigentlich nicht, ne? Dicht ziehen wir hier mal hin. Dann könnte ich doch eigentlich. Ah lol. Brauche ich noch einen Yellow Heart Container. Brauche ich noch einen Roten Heart Container. Habe ich keine Heart Container? Doch, habe ich hier, wusste ich doch, hat doch ein paar gemacht. Mir war doch so. Das war mir jetzt nicht neu. Ja, so. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich nur noch diese Shaker Shales, ne? Habe ich hier welche? Ne, Schulker. Habe ich auch nicht. Okay, das heißt, ich gehe offscreen, das mache ich jetzt einfach offscreen, nochmal in den Nether. Ins End, Entschuldigung. Ins End. Hole mir diesen Shaker. Den fische ich mir jetzt einfach mal weg. Und dann werde ich ja sehen, was passiert, wo ich ihn finde. Und alles Weitere sehen wir dann in der nächsten Folge. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen wundervollen Tag. Bewertet den Part. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Auf jeden Fall kommentiert bitte auch. Das ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Also alles andere ist Humbug. Natürlich lese ich auch gerne eure Beiträge. Ganz klar. Bin auch dankbar für den einen oder anderen Tipp. Und werde mich auf jeden Fall auch nochmal drum kümmern, dass wir vielleicht hier die Version einmal auf den aktuellen Stand bringen. In diesem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Part. Oh, lol. Wollen den her? Ich habe ein bisschen Skelettenkopf drauf. Ja, dann. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.